Mario Kart Das Problem ist jetzt hier Ich spiele jetzt mit Tastatur und nicht mit Gamepad Das wird lustig, aber weil's ja sonst langweilig wäre, spielen wir's erst mal auf 100 Mal gucken, wie ich dann zurechtkomme Und je nachdem mach ich vielleicht noch einmal 150 Und dann hoffen wir mal, dass es gut wird Also ich... Ja, will So Ich hätte überlegt, wer weg war Aber es gab nur ein Austausch Im Vergleich zum alten Mario Nämlich Cooperwood durch Wario ersetzt Nehmen wir Donkey Kong Nehmen wir Yoshi Oder nehmen wir Wario Hm Wario ist so ein Fettsack, ne? Ach, nehmen wir Wario Bin ich ja sowieso ein Wario-Fan So Ich glaube 100 CC hab ich noch nicht gespielt Aber ich weiß es nicht Kann sein, dass ich jetzt irgendwo einen Goldpokal habe Nein Okay Okay So Dann wollen wir mal gucken, ob's klappt Ich... äh... ja Wurritsch 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 Super Hohen wir mal bitte einer Wurritsch 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 Ja, Mario hat ja mit Mario sowieso noch eine Rechnung gemacht. Es gibt ja auch ein Pendant zum Luigi. Das ist dann wahre Luigi. Also ein beknackter Name gibt es ja gar nicht. Mario ist cool hier auf jeden Fall. Puh! So, Mario ist weg. So. Ja, mit Tastat wird das ein bisschen schwieriger zu fahren. Pangele, Flakito ist auch wieder dabei. Was? Okay. Schneller. Ja, ich spiele parallel noch. Also jetzt nicht gerade parallel zum Spiel, sondern ich nehme auch parallel auf. Ich habe heute am Samstag, den 13.02. Ich habe die ersten drei Videos davon hochgeladen. Und... Ja. Hier ist einfach auch wieder Ziel am Ende des Cups Erster zu sein, damit wir den goldenen Pokal bekommen. Und nicht die goldene Pokal, wie ich bei Mario Kart gesagt habe. Ja. Wir haben glaube ich drei oder vier Rennen davon muss ich mindestens drei Erster werden. Ja. Das ist halt sonst geht die Rechnerei wieder los. Ich hab einen getroffen. Aber leider nicht krieg ich wieder Mario. Jetzt hab ich Mario. Aha. Voll alle reingefahren. Und ich dachte noch, zwischendurch ist ja was Gutes. Ach, jetzt kommt der Pee. Oh, kleiner Böse. Ich hab mich kippen, das hat er bei. Hier ich hab. Hier ich hab. Hey, hey, hey. Oh. Nein, nein, nein. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Toll, Piech. Toll, 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 toll. Ah. Wo schieß ich den bitteschön hin? Wo? Nein, 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 nein. ARD Text im Auftrag des WDR